Das entspannte Dämonenschnetzeln ist halt auch nicht was für jeden, nein, nur für mich. Aufwärmen und schnitzeln. Und runter an Ebene 5. Meine Kuh ist fleißig, super lässig, ich weiß nicht warum der nicht so gut funktioniert hat, der kleine Diablo, der funktioniert nicht so gut. Das ist verschwunden. Mut darauf, dass der Held des Lichts... Aha. Das kann doch nicht geöffnet werden. Äh, ja. Okay, ich hab jetzt einen Blutstein genommen. Das ist verschlossen. Hm. Das ist verschlossen. Ah. Ja. 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 Süß. Äh, die Mechanik find ich lustig, erinnert mich ein bisschen an das Ende des Diablo 2. Das kann doch nicht geöffnet werden. Ja. Ja. Das war's. Ja. 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 Das kostet nur Zeit. Das kostet nur Zeit. Nonononononononono. Okay, Edelsteine. Nehme ich mit. Ja, wo geht's denn jetzt? Kommen wir mal rein. Ne, ehrlich, so ein Labyrinth aus dem alten kaputten Kloster zu machen, das ist auch nicht ewig Diablo. Ich werde dann nach unten kommen. Ah, sehr gut. Nur noch zehn weitere Ebenen. Ich mach dich platt. Ich bin Dämonen toll. Ich bin Dämonen toll. Ihnen seines Glück, Alter, Hubertus, abholen. Was geht Dämonen toll? Noch ein Labyrinth. Ja doch. Ich sollte einfach nur rennen. Ich werde mal gucken, was nebenbei so stillt. Die Kammer der Knochen. Euer Graf war's nicht. Okay, noch zehn. Oh, nicht schlechter. Ich dachte, das ist ja ein. Das war's. Ich bin wiederum Tote. Unglaublich, wie gut ich bin. Ich bin wiederum Tote. Das war's. Und wieder zurück. Wenn wir schon so ein Spezial-Level finden, dann machen wir es nicht mehr. Ja. Ich bin wiederum. 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 Hier. Hier. So. Wir grillen, wir grillen. Ja. Das ist hier schon ein ganz schönes Labyrinth, aber... Ich bin hier auch schon. Ebene 6. Die sind sehr schön. Ah, nicht, dass ich langsam Krampf in der Hand bekomme. Ah, Ebene 7. Nein, Speedrunner werde ich in dem Event bestimmt nicht werden, aber was soll's. Ich werde sowieso nie Speedrunner werden. Ich kann das einfach... Ich lasse alles links und rechts liegen. Ich benutze noch ein paar... Na, ich benutze noch ein paar Exploits, um voranzukommen. Nö, muss man halt mögen, ist ja auch vollkommen okay. Wie ist das denn? Ach, das war der... Ich will jetzt mal rein. So, jetzt. Das war mir jetzt aber eindeutig. Ja, ruf sammeln. Wow, wow, warum bin ich denn jetzt noch einmal tot gewesen? Wirklich, dann bin ich noch einmal schneller durch und dann schwirrt es auch noch. Na gut, Hauptsache ich befinde mich jetzt auf dem richtigen Weg zu Level 8. Und, äh, ja, das tue ich. Und schon sind wir Level 8. Das geht doch aber ab hier. Mein Bruder, runter. Noch einen einzigartigen Gegner mehr getötet, jawoll. Ach, komm schon. Es ist ja schon fast ein schlechtes Level dieser Kriegsschock ist zum Durchgehen. Nein, ich bin so blöd eigentlich nicht, aber es hilft halt nix, wenn man die Knapp einmal aufhält. Oh, 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 oh. Ich mag die und ich sehe es einfach super, dass sie nicht sagen, dass es zeitlich begrenzt ist. Sowas gibt es hier auch. Sondern, dass er erstmal seinen Gönner will. Ja. Nö, generell ist das bei uns, äh, so, dass wir erstmal die mehr XP du bekommst um 25% erhöhen. Zeitlich unbegrenzt. Auf ne gewisse Menge von... ... ... ... ... ... Ach ja, Level 67. Ich weiß nicht, bevor ich zu Diablo bin. Der ist jetzt auch tot. Gelle. Noch einen erwischt. Das ist eigentlich ganz lustig, dass ich ja nicht direkt danach suche. Ich graße das Level wirklich nicht. Kleinlich ab. Aber gut, mein Gerät hat manchmal auch einen Sackgasten. Da machst du ja nichts. Trotzdem ist es schon lustig, dass ich auch so nebenbei immer wieder wäre, dieser einzigartigen Monster. Ja, jetzt habe ich aber fest, dass du wieder in der Fall warst. Naja, ich sag mal so, mich machen die Dämonen froh. Mich machen die Dämonen froh. Mit ihnen allein, der Schlechter zu sein. Ich hoffe, ich nähe mich dem Ende des Jahres. Es ist heiß hier unten. Ehrlich gesehen, der so kühl und düster aus. Heiß, aha. Yeah. Meine Taschen sind voll. Jetzt. Ich muss zurückkehren. Jetzt sind es doch irgendwann mal voll. Man kann das halt nicht ewig durchziehen, hm? Ah, für den Schuft. Gehs, Schwäche. Hm. Oh. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Na, Mensch. Wenn das nichts ist, dann ist das nichts. Aha. Und wieder runter. Wir wollen ja... ...trotz allem versuchen wir so schnell wie gut. Ich habe nicht mehr. Ich habe ein wenig das zu tun. Ich habe das nicht geworfen. Es wird ja noch nicht mehr. Ja, man. Ah, das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Wir haben hier den ganzen Weg um uns gelaufen. Da abbiegen müssen. Na gut. Dann geht's noch. Wenn's nur das war, dann geht's ja noch. Gut, das war's nicht. Das war die nächste Sackgasse. Ja, Level 67. Level 68. Ich war noch ganz locker. Ey, Level 70. Huch, ich hab das übersehen. Ja, selber schuld, ne? Nicht meckern, sondern richtig laufen. Und gucken und so. Ich bin ja für dasselbe. Ich wäre vielleicht nicht so eine große Herzöhnung. 儿 Gut, das war jetzt easy. Der war mir eindeutig zu stark um ihn ohne zu töten. Ach Leute, von den vielen Sackgassen hat doch niemand was. Was? 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 Was?